Willkommen zurück bei Bioshock dann mehr bisschen was zu tun und zwar ja nicht mehr viel Patrone ihr könnt mal auf die Kart bin ich näher wir sind hier das ist nirgends hier hier haben wir schon alles durch den Bereich haben wir noch nicht denn könnte man sich mal noch angucke bevor wir hierin gehen das ist doch wow elektrobold ja das ist okay genau hier war man noch nicht wow das ist auto ist eine kamera ach da oben ist es sogar dann machen wir direkt eher schmutz denn bis zu film bleibt hoffentlich gefroren die Boxen brauchen wir nicht unbedingt Tür ja 12 Dollar gerne ne mehr Lob brauchen wir ähnlich gesagt nicht oh ja das seht ihr das Wasser da können wir uns doch das ähm das Ionengel so machen oder wie es hier ist ist hier nicht hab gedacht hier können wir rinnen aber offensichtlich können wir das nicht die ist wahrscheinlich irgendwie zu oh ne da hünder ist nur der Big Daddy denn los und man würde sich eher schon wollen dann würde ich sagen wenn das nicht der lang verscheulene Andrew Ryan ist komm her Tiger mhm verkaufsautomat oh gott oh gott oh gott oh gott ähm genau das ist schon mal gut das ist nicht gut dann müssen wir um welchen wir machen äh fuck oh ne oder einfach mal dort um rumbau vielleicht funktioniert es ja da funktioniert das doch nicht aber was ist der Unterschied zwischen denne und denne na ok ne 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 no 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 oh ich muss hier wieder weg das ist nicht gut wo willst du hin Schätzchen? ahhh ahhh diese Sicherheitsboots ich will die Rolle zu füllen also Hauptzeitlauf ab ok so was ist denn das hier? die Wahrsager? gibt es hier irgendwas? kann man irgendwas machen? oh ich habe eine Haufe Geld die Mg Patronen die Mg Patronen wieso eigentlich nicht? wieso eigentlich nicht? wieso eigentlich nicht? das war sie ja schon die Mg Patronen da kannst du nicht kann ich nicht immer so ne in update ne das ist alles okay juni wendt ok was hat geklappt die junische scale da brauche ich noch das wasser davor an die personen das könnte man eventuell machen gute idee muss gehen wir sich eher schon mal da waren wir schon das ist ja auch gar nicht unbedingt so dann so das ding kann man das hecke das ist aber fies das du so so falls ich so jemand heile will dran boot shot down das wird doch A bedeutet das hier bestimmt moment jetzt bin ich wieder im ersten stock ich habe mich erst mal oh ja nehme ich gerne so warte mal da waren wir noch A schon drin okay was haben wir dann nutrition 3 nö das brauchen wir eher nicht was soll ich so zu dir sein nerven jetzt so oder was rechtschaffung des rapture wir alle haben rechnungen zu bezahlen und die versuchung ist ja schön wie der organ von da ne ist nicht gut mama melido rapture records hier müsste doch der andere kerl sind cohen ist kein musiker er ist ryans stalljunge ryans korrupte politik scheißt alles voll und cohen rennt rum und beseitigt den dreck wo er kann aber anstatt dafür eine kehrschaufel zu benutzen wie jeder andere knecht säubert kohlen die landschaft mit eingängigen melodien und geschickten wortspielen egal wie schön es auch klingt an dem geruch von dem was er weg seltsame stimmen irgendwie wow bist du cohen's boten Junge? ich hab was für diesen vogel! da hat schon jemand auf uns gewahrt bleib ein bisschen bei meinen kätzchen süßer! ich mag das nicht was war denn das aber es ist alles nur ein spielboden Junge! cohen, ryan! zwei dumme jungs die sich gegenseitig ans bein pissen! und wir gehen da einfach nochmal hoch so habe ich noch annara schrot, explosiv schrot das ist bestimmt nicht schlecht meine kätzchen! du hast meine kastenbaby so gebracht! oh ja, der haut drin! ich warte niemanden verliebt! was ist der? oh ja, das war der schon! er war ein ganz scheußlicher! und fröhlich! aber ich glaube, so gefällt er mir besser! ach jetzt das verdammte foto! zack zack! ne, das ist doch nur ganz normal, oder? wo ist denn der? ist der desintegriert, oder? das ist nett, ich finde die Leiche nicht! hast du mitgekriegt, was am Apollo-Square los ist? ich hab gehört, da sperren die Leute in Kräfigen! du glaubst schon wieder den Gerüchten, Mary! der Sicherheitsdienst von Hampshire eng, wo die schiefsten Schwerverbrecher fest bis der Rat ist, in den Baum, um den Prozess zu machen! man sagt es ist... die sind ja Dorn, und komm! das interessiert mich jetzt nur echt! du flatterst durch das Fuhr und löscht unterwegs Leben aus! du bist keine Motte, du! du bist ein Engel! ich habe doch nie einen Engel gemalt! vielleicht sollte ich es malen! ne, das muss immer gut sein! du musst mich nicht malen! so, dann müssen wir jetzt wohl wieder zurückrennen! ich bin ein Star! du nicht! und wir waren gerade kurz vorm goldenen Schuss! noch ein paar Bilder mit Vandalismus ist ein schweres Verbrechen! denken sie daran! Vandalen sind Parasiten! ich spürt eher Baul insofern! Vandalismus ist ein schweres Verbrechen! denken sie daran! Vandalen sind Parasiten! das ist in Ordnung Gamma E! jetzt ist das Bild fertig machen wollen! wir sind aus der Situation im Atrium! gell? sehr schmuck! gucke! damit hätten wir drei von vier! wieso schaust du so! es gefällt dir nicht, stimmt's! ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen! von niemandem! du kannst mich mal! ihr beschissenen Zweifler! ihr könnt mich alle mal! damit ihr's wisst! ihr alle! fliegt davon! fliegt! 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 abbrechende Kistolenkuhlen geht das so Ding jetzt immer noch nicht das ist irgendwie... wo muss ich denn überhaupt hin? und die war doch Algarm Poseidon Plaza nein ähm ich muss kurz gucken Töte Victor im East Garden im Poseidon Plaza ich glaube ich kann ihn retten Wandalismus ist ein schweres Verbrechen denken sie daran Wandalen sind Parasiten Wandalismus ist ein schweres Verbrechen denken sie daran Wandalen sind Parasiten es ist schön dass Wandalen Parasiten sind aber so ne das aktiviere ich jetzt nicht ne wo ich jetzt an muss das funktioniert aber ganz gut hier ja ich glaube ich muss irgendwie wo ich jetzt hier hin ne ne das ist der größte Tag so die die schmerzen der wehen wehen achso aha das war gegnerbälle so gut Oder ist er nicht gut? Kontaktmine. Bräuchte ich hier eigentlich. Ich bräuchte auf jeden Fall nur ein paar. Oh Gott, guck, was haben wir dann hier alles? Hier ist eine Genbank. Das ist ein New Invent. Verkaufsautomat. Ich bräuchte. Okay, wir haben... Ich bräuchte. Ich bräuchte. Ich bräuchte. Juhuuu. Kommt zu. Uaah. So, das hast du ein Pundum angeboten. So ein Munitionsding wäre nicht schlecht. Irgendwie... Dann... Nimm nie allzu viel. Kontaktmine noch mal gar keinen. Ach, später. Granatehammer. Das ist auch nicht schlecht. Ionisches Gel. Einem Gehpatrone. Ich bräuchte eigentlich gar nicht Stickstoffgranate. Was machen wir hier eigentlich? Mal probieren. Oh ja. Oh ja. Das könnte man probieren. Ja, da haben wir doch einiges. So ein Eve's Garden ist der... In Claire's Spirit, Eve's Garden, du Hinne. Na, guck mal, dort ist einiges, wo wir noch hinmüssen. Du bist eifersüchtig! Nee, gar nicht. Noch ein Versuch! Noch ein Versuch! Wo? Tut mir leid! Neuer Versuch! Hahaha! Hm, das vermacht irgendwie gar nichts. Okay, funktioniert auch. So, aber jetzt im Wohnen. Lass mich in Ruhe! Ach, der hätte man aber knüpfen können. Ach, guck mal, jetzt ist doch ein Uff, oder? Wie es scheint. Oder war der Feuer offen? Ich kann sowas sehen. Gutmöglich. Aber ich würde sagen, das machen wir dann eher das nächste Mal. Ich guck mal, ob ich hier was bauen kann. Oh, ja. Nächste Mal sehen. Ionisches Gel. Nee, kann ich nicht machen. Das da hätte ich gerne. Na, was brauche ich denn hier? Auch leere Patronenhülse. Äh... Nicht gut. Na, okay, gut. Wir haben eine Haufen Abheim. Das wirkt auch. Und beim nächsten Mal. So. Ich kenne mal deine andere. Aber ich sehe schon mal. Wenn die Tänzerin das Geld nicht haben wolle. Ich will es haben. Gut. Beim nächsten Mal geht es weiter. Und bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Bye-bye.